Hallo, ich hoffe, Sie haben einen guten Tag. Ich begrüße Sie zu diesem Video, das mit dem Thema Infinitives folgenden Fragewörtern geht. Heute geht es um die Infinitive nach einem Fragewort. Es wäre gut, wenn du dir schon das Lernvideo zu diesem Thema angeschaut hast. Bevor wir zu der Übung gehen, machen wir eine kleine Wiederholung. Ich weiß nicht, wo ich in Berlin eine ruhige Stelle finden kann. Das Wort where ist ein Fragewort und to find ist ein... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.